Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem weiteren Commander-Video auf dem Kanal. Mit dem Erscheinen der neuen Edition habe ich natürlich die Commander-Spieler nicht vergessen. Wir schauen uns heute die besten oder auch meine Lieblingskarten für das Commander-Format an. Die neue Edition hatte wirklich ein paar sehr schöne Karten für uns. Schauen wir uns das alles mal an. Wir legen auch sofort los. Viel Spaß mit diesem Video. So, bevor wir loslegen, ein Shoutout an alle Zuschauer. Die Booster-Unboxing 2 schon gesehen haben, die quasi die Videos schauen in der Reihenfolge, wie sie hier auf dem Kanal erschienen sind. Ich habe es während des Unboxings schon mal gesagt, da sind Zufälle passiert. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich habe genau in den Boostern einen großen Teil der Karten aufgemacht, die ich euch heute hier als meine Lieblings-Commander-Karten vorstellen wollte. Wir gehen jetzt aber hier nochmal richtig ins Detail. Es sind ja noch einige Karten mehr, zehn Stück insgesamt. Wir starten einfach mal mit einer Karte, die jetzt nicht unbedingt speziell fürs Commander-Format gedacht ist. Die können wir fast schon überspringen, würde ich sagen. Und zwar Hydroid Krasis ist halt einfach die stärkste Karte vermutlich im Set. Einfach, weil sie super viel Kartenvorteil generieren kann. Also jeder, der ein blau-grünes Commander-Deck irgendwie spielt oder die Karte einfach casten kann, in seinem Deck haben kann, ist eine super gute Karte, gerade im Commander-Format, wenn man viel RAM spielt, viel Mana-Artefakte hat. Das Krasis ist einfach eine super starke Einzelkarte. Und ich denke, das ist eigentlich jedem klar, dass die Karte gut ist. Große Kreatur zieht Karten, gibt Lebenspunkte, Fliegen, Trampelschaden. Mehr kann man eigentlich gar nicht verlangen und ist offensichtlich, dass das eine gute Karte ist, glaube ich. Deswegen gehen wir jetzt direkt ein weiter zu meiner persönlichen Lieblingskarte. Definitiv nicht die stärkste Karte im Set. Es ist Prime Speaker Vanifar. Ich finde sie einfach unglaublich cool. Super gute Karte. Und wenn ich von ihr im Kontext Commander-Format rede, würde ich sie wirklich nicht unbedingt als Commander benutzen, sondern würde sie in einem passenden Deck spielen. Es gibt viele coole Grundlagen in dem Format, die quasi so ein Commander-Toolbox-Deck spielen. Ich habe auch so ein Deck, aber leider ist das eben nicht mit Blau. Da muss ich mal schauen, ob ich das vielleicht ein bisschen umbauen möchte. Aber so ein Simic-Toolbox-Birthing-Pod-Deck mit Prime Speaker Vanifar als Commander würde ich halt eher nicht bauen, sondern ich würde sie als gute, sehr solide Einzelkarte in das Deck einbauen. Da ist sie wirklich gut, wenn man dann das passende Deck hat, viele verschiedene Kreaturen einfach hat, dann ist sie immer eine gute, solide Kreatur. Nur, mir gefällt sie auf jeden Fall richtig gut. Ich möchte sie jetzt demnächst auch im Commander-Format nochmal wirklich ausprobieren. Im Standard-Format teste ich sie wirklich hoch und runter. Ist halt nicht die Top-Tier-Competitive-Karte, muss man halt sagen. Sie ist halt kein Birthing-Pod, sie hat keine Eile. Es sei denn, man kombiniert sie mit Rhythm of the Wilds zum Beispiel, dann ist es ganz cool. Aber als Kreatur kann sie halt immer wieder von Removal getroffen werden. Macht halt viele Sachen komplizierter. Und als Commander für vier Mana finde ich sie halt schon fast zu teuer. Wenn sie dann zwei, drei Removal fängt, sie sechs, acht oder zehn Mana zum Ausspielen kostet. Dann rechtfertigt das ihren Effekt noch nicht mal wirklich, würde ich sagen. Deswegen würde ich sie nicht als Commander spielen, sondern eher im Deck haben. Da ist sie eine wirklich solide Einzelkarte. Aber hier am Anfang kämpfen wir uns ja auch erstmal durch die etwas schwächeren Karten. Und die nächste Karte auf meiner Liste ist schon deutlich höher vom Power-Level. Wir schauen uns jetzt mal ein paar stärkere, richtige Commander-Karten an, würde ich sagen. Ich habe hier als nächstes für euch Guardian Project. Während der Preview-Reihe, beziehungsweise der Set-Review-Reihe, habe ich schon über ein paar Commander-Karten geredet. Da ist mir das Project auch schon aufgefallen. Sehr gutes Enchantment. Vier Mana, immer wenn eine Nicht-Token-Kreatur bei uns als Spielfeld betritt. Wenn sie nicht den gleichen Namen hat, wie eine andere Kreatur, die wir kontrollieren, oder eine Kreaturenkarte in unserem Friedhof hat, dann dürfen wir halt eine Karte ziehen. Also jede Nicht-Token-Kreatur in unserem Commander-Deck lässt uns sofort eine Karte nachziehen. Das ist natürlich ein unfassbar starker Effekt. Im Commander-Format ist der Nachteil der Karte halt noch nicht mal ein Nachteil für uns. Wir dürfen alle Kreaturen sowieso nur einmal im Deck haben. Und vielleicht kann man sowas wie das Project halt in sein Toolbox-Deck reinpacken mit Wannifar zusammen. Das geht, finde ich, halt alles in die richtige Richtung. Aber im Gegensatz zu Wannifar finde ich das Guardian Project halt richtig gut. Die Commander-Spiele dauern ja auch immer ein paar Runden länger. Und wenn wirklich jede Kreatur eine Karte nachzieht, wenn sie ins Spiel kommt, das ist ein unfassbar starker Effekt. Also wenn ihr ein grünes Commander-Deck spielt, Guardian Project mit genug Kreaturen im Deck. Definitiv eine richtig gute Karte. Gefällt mir halt richtig, richtig gut. Genau wie die nächste Karte. Das macht nicht Karten-Vorteil, sondern unfassbar Mana-Vorteil. Unglaublich gute Karte. Die hatten wir auch nämlich im Unboxing. Lustiger Zufall. Die Smothering Ties. Sehr gute Karte. Habe ich auch schon öfters drüber geredet. Sehr starkes Enchantment. Für alle weißen Commander-Decks, wenn ihr irgendwie was habt, wo ihr die Karte reintun könnt, sofort reintun. Besonders wenn man Multiplayer-Commander spielt. Eine unfassbar starke Karte. Vier-Mana-Enchantment. Immer wenn ein Gegner eine Karte zieht. Das passiert ja mindestens einmal pro Runde. Es sei denn, der Gegner spielt noch Draw-Spells. Dann passiert es sogar öfters. Also wenn der Gegner eine Karte zieht, muss er zwei Mana bezahlen oder darf zwei Mana bezahlen. In der Regel machen die Spieler das dann halt nicht. Wir kriegen dafür nur einen kleinen vermeintlichen Treasure-Token, der ja beim Opfern Mana einer beliebigen Farbe generiert. Aber in Multiplayer-Runden ist das halt ein super starkes Enchantment einfach. Wenn man drei Gegner hat, dann generiert das Enchantment am Anfang in der Regel pro Runde halt drei Mana für uns. Die wir uns auch einfach aufheben können. Wir können die Treasure-Token ja auch ansammeln, um dann einen sehr großen Zauberspruch zu spielen. Das Gute ist halt, es ist ein weißes Enchantment. Also selbst wenn man noch nicht mal grün irgendwie spielt, keine Ramp-Karten oder ähnliches hat, ist das einfach eine Karte für die weiß-basierten Commander-Decks, um zusätzlich Mana zu generieren. Super, super, super stark wirklich. Stellt euch vor, der Gegner spielt mal einen Brainstorm. Dann generiert der Brainstorm für uns drei Token, drei zusätzliche Mana, da kann man wirklich einiges mitmachen. Also definitiv eine sehr starke Karte, die super viel Mana generiert. Und wenn man mit den Treasures noch irgendwie eine zusätzliche Strategie verfolgt, sei es irgendwie noch eine andere Synergie, die mit Treasure-Token funktioniert, oder man hat noch sowas wie ein Tireless-Tracker im Deck, da kann man also wirklich sehr gute Sachen machen. Also definitiv eins der stärksten Enchantments wirklich fürs Commander-Format. Aus dieser Edition muss man sagen, sehr starke Karte und die nächste Karte ist nochmal ein Enchantment. Also viele gute Enchantments fürs Commander-Format hier in der Edition, muss man wirklich sagen. Die nächste Karte ist Rhythm of the Wild. Ich spiele die Karte aktuell hoch und runter im Standard-Format, in allen möglichen Decks. Sie ist so unfassbar gut. Als erstes habe ich gedacht, ist wohl eine Sideboard-Karte, aber sie macht einfach alle Kreaturen, egal in welchem Match-Up, super stark der Rhythm. Drei Mana, all unsere Kreaturen-Zauber-Sprüche können erstmal nicht neutralisiert werden. Was immer ein super guter Effekt ist, gerade im Commander-Format, irgendwo fliegt immer ein Counterspell rum. Seien es halt auch nur die super guten Counterspells, wenn die Gegner halt ihr Deck nicht voll machen mit Countern, sowas wie Cryptic-Command oder ähnliches, haben die Gegner eigentlich immer im Deck, wenn sie blau spielen. Und ja, ist immer ein netter Bonus-Effekt, wenn unsere Kreaturen nicht gecountert werden können. Aber dann noch der Effekt, all unsere Nicht-Token-Kreaturen haben Riot unfassbar gut. Sie betreten das Spielfeld entweder mit einer Plus-1, Plus-1-Macke oder haben Eile. Also wirklich super gutes Enchantment. Mit dem Standard-Format hat es mir schon viele Spiele gerettet und auch gewonnen sehr, sehr, sehr gut. Den Gegner mal zu überraschen mit Eile-Kreaturen ist halt auch einfach unfassbar stark. Und im Commander-Deck funktioniert die Karte genauso gut. Gerade mit Eile, wenn man mal die Gegner überraschen will, das ist wirklich schon sehr, sehr, sehr stark. Aber auch im Commander-Format, das haben wir nämlich nicht im Standard-Format, können wir zum Beispiel den Rhythm mit Persist-Kreaturen kombinieren, was halt unfassbar stark ist. Sowas wie Kitchen Fings ist halt schon immer eine gute Einzelkarte gewesen. 3 Mana 3, 2 kommt ins Spiel. Wir kriegen zwei Leben mit Persist eben. Wenn diese Kreatur in den Friedhof gelegt wird und sie keine Minus-1, Minus-1-Marken hatte, dann kommt sie mit einer Minus-1, Minus-1-Marke wieder ins Spiel. Das Gute bei Magic, wenn die Kitchen Fings wieder ins Spiel kommen, natürlich haben sie dann Riot durch den Rhythm. Wir sagen dann natürlich, sie kriegt eine Plus-1, Plus-1-Marke von dem Riot-Effekt. Und bei Magic werden Plus-1, Plus-1 und Minus-1, Minus-1-Marken aufgehoben. Also die lösen sich wirklich komplett auf, die sind dann weg. Die gleichen sich also nicht nur aus, die sind wirklich komplett weg. Und die Kitchen Fings kann dann wieder sterben und mit Persist halt einfach wiederkommen, wieder eine Marke bekommen. Und dadurch sind die Persist-Kreaturen virtuell erstmal unsterblich, bis natürlich irgendwie ein Exile-Spell kommt oder irgendwie ein Removal für den Rhythm. Aber das ist halt schon eine sehr starke Synergie. Und wenn man das Ganze dann eben noch mit einem Sacrifice-Outlet kombiniert, a la Vissaras hier, dann kann man sogar noch die Infinite-Kombo einbauen. Und die wir normalerweise zum Beispiel im Modern-Format in den Toolbox-Decks sehen. Super, super stark. Man opfert die Kitchen Fings mit dem Vissaras hier. Sie kommen wieder mit Riot, kriegen sie die Marke, es gleicht sich alles aus. Also zum Beispiel hier aus der Drei-Karten-Kombination können wir beliebig viel Leben generieren, so viel wie wir wollen. Und wir können unser ganzes Deck durchscryen mit dem Vissaras hier. Das ist halt super, super gut. Kann man also sehr schön im Commander-Format auch spielen. Man kann ja auch andere Sacrifice-Outlets nehmen. Vissaras hier ist nur hier das gängige Beispiel. Man kann Kitchen Fings durch Murderous Red Cap ersetzen, dann hat man quasi beliebig viel Schaden. Richtig, richtig gut. Oder die blauen Decks können auch sowas wie Glenelendra Arcmates spielen. Die hat ja ein eingebautes Sacrifice-Outlet. Wenn man sie selber opfert, kann man einen Nicht-Kreaturen-Zauber-Spruch-Countern eben mit Persist. Heißt, wir können mit Rhythm of the Wild und Glenelendra beliebig viele Negates einfach casten. Alle Non-Creature-Spells bei unseren Gegnern-Countern, bis Glenelendra eben ins Exil irgendwie geschickt wird. Super starke Kombinationen, also Rhythm, nicht nur meiner Meinung nach eine sehr gute Einzelkarte, sondern in Kombination mit den sehr starken Karten, die wir eben im Commander-Format spielen können. Super, super gut, will ich auf jeden Fall verbauen. Sehr, sehr, sehr starke Karte. Und als nächstes, nicht ganz so stark, aber immerhin noch ein Enchantment. Und Captive Audience, sehr schöne Karte, eben auch in größeren Multiplayer-Runden. Ist jetzt nicht der beste Finisher, aber eine sehr schöne Karte, sehr flavorvoll, macht Spaß damit zu spielen. Großes Sieben-Mana-Enchantment. Wenn es ins Spiel kommt, kriegt das auch direkt einen Gegner. Und zu Beginn des Abkiefs muss dieser Spieler dann eben einen nicht ganz so schönen Effekt aussuchen, bis er eben alle drei ausgewählt hat. Entweder seine Lebenspunkte werden genau vier. Das ist schon mal nicht so gut in Commander-Spielen. Seine ganze Hand abwerfen ist bei Magic immer schlecht. Handkarten braucht man einfach, um irgendwas zu machen. Und der letzte Effekt, jeder Gegner kriegt fünf 2-2er-Zombies. Ist auf jeden Fall ein netter Spell, gerade für Multiplayer-Partien. Man kann den stärksten Spieler in der Runde, der gerade die beste Board-Position zum Beispiel hat, die Audienz zuschieben. Egal, was er dann macht, der Spieler wird auf jeden Fall ein bisschen eingeschränkt in seiner Strategie. Ist eine schöne Karte, eben gerade für Multiplayer-Runden. Würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ihr ein Deck in den Farben habt. Sehr schöne Karte, Captive Audience. Als nächstes haben wir eine Karte, die ist auch nicht ganz so hoch vom Power-Level, aber definitiv noch für das Commander-Format geeignet. Wenn ihr einen passenden Effekt sucht, Rampage of the Clans ist in gewissen Commander-Runden wirklich sehr gut. In größeren Runden natürlich noch besser. Wenn die Spieler bei euch viele Artefakte spielen, viele Enchantments spielen, gerade in einem grünen Deck hier, so ein Mass-Removal ist gar nicht mal so schlecht, besonders wenn man eben sein Mana selber durch Mana produzierende Kreaturen und die Ramp-Zauber-Sprüche generiert. Man spielt selber keine Mana-Artefakte, spielt selber wahrscheinlich wenig Enchantments. Wenn die Gegner mal irgendwie ein blau-weißes Enchantment-Deck oder so haben, Rampage of the Clans, kann man ordentlich das Board aufräumen. Jeder Spieler kriegt natürlich für jedes zerstörte Permanent ein 3-3er-Token, aber das ist in größeren Multiplayer-Runden kein Problem. Irgendjemand hat immer das Mass-Removal und manchmal fiese Artefakte und Enchantments abräumen oder auch direkt eben mehrere Sachen abräumen. Kann in dem richtigen grünen Decken eine sehr starke Karte sein, ist halt auch ein bisschen situationsbedingt natürlich, aber definitiv eine gute Karte für das Commander-Format. Als nächstes haben wir Taser-Karloff, finde ich auch sehr, sehr, sehr gut im Commander-Format. Natürlich war sie jetzt erstmal gedacht so für das Standard-Format. Ihr zweiter Effekt funktioniert ja auch sehr gut mit Tokens. Man soll das halt mit den Odds of Karten spielen, mit Afterlife, wo die ganzen Spirit-Tokens kommen. Die ganzen Die-Effekte werden halt doppelt ausgelöst bei Taser. Dafür wollen wir sie auf jeden Fall zocken im Commander-Format. Wenn man noch zusätzlich ein paar Tokens hat, die dann Wachsamkeit und Lifeling kriegen, ist das gar nicht mal so schlecht. Aber eben anders als im Standard-Format können wir im Commander-Format viel mehr Karten einfach spielen. Und da gibt es dann halt wirklich richtig gute Die-Triggered-Abilities, die man dann ausnutzen kann. Wenn ich ans Commander-Format denke, denke ich halt sofort an Kukushu, The Evening Star. Ja, sehr guter Drache. Wenn er stirbt, verliert jeder Gegner 5 Leben. Und wir kriegen so viele Lebenspunkte wieder, wie eben dort Leben verloren wurde in großen Multiplayer-Runden. Bei 3 Gegnern ist das schon krass. Wir haben 15 Lebenspunkte, die insgesamt verloren werden. 5 für jeden Spieler. Wir kriegen 15 Leben wieder. Hat man eine Taser im Spiel und Kukushu stirbt, sind das schon 10 Schaden quasi für jeden Gegner. Oder 10 Life-Loss in diesem Fall. Aber das sind dann 30 Leben, die verloren wurden. Wir kriegen 30 Leben zurück. Also einen größeren Runden-Taser mit den passenden Kreaturen. Definitiv richtig, richtig gut für alle Leute, die grün spielen. Vielleicht in so einem Absahnen-Token-Deck. Schwarz-Weiß-Grün. Ein All-Time-Classic bei mir ist der Slime. Auch eine coole Karte. 5-Mana. 4-4. Wenn er stirbt, kriegt man 2 2-2er-Us-Tokens. Und wenn diese Tokens sterben, kriegt man wieder 2 1-1er-Us-Tokens. Also eine Us, die immerhin viele kleine Uses zerfällt. Mit einer Taser kriegt man am Anfang sofort 4 2-2er. Und die zerfallen dann halt wieder in 8 1-1er. Bringt also auch ordentlich Masse aufs Feld. Mit Taser zusammen hat alles Wachsamkeit und Lifelink. Auch ein netter Effekt. Zum Beispiel mit Overrun-Effekten. Die beiden Karten funktionieren ganz gut. Oder wenn man einfach mal safe sein will. Sowas wie Wurmcoil-Engine geht ja auch immer. Hat man auch oft in Commander-Decks. Einfach weil sie farblos ist. Und wenn man dann eben so ein paar Wurmcoil-Tokens kriegt. Das ist schon ein bisschen besser als im Standard-Format. Mit so 2 Flyern irgendwie. Man kriegt dann hier 2 3 3er-Death-Touch-Kreaturen. 2 3 3er-Lifelink-Kreaturen aus der Wurmcoil-Engine. Also in dem passenden Deck. Taser definitiv eine gute Karte. Wenn man da ein bisschen mit rum experimentiert. An der Stelle auch immer der Aufruf an die Community. Wenn ihr Vorschläge habt. Zu den Karten gute Ideen habt. Immer gerne einen Kommentar da lassen. Die anderen Leute freuen sich auf jeden Fall. Und gerade mit Karten wie Taser kann man halt super super viel machen. Da kann ich ja auch nicht immer alles auf dem Schirm haben. So. Gehen wir mal eine Karte weiter. Wir nähern uns auch langsam dem Ende. Die letzte Karte für dieses Video ist Nikia of the Old Ways. Auch eine ganz nette Karte vom Power-Level. Nicht ganz so stark wie einige Karten, die wir heute hier gesehen haben. Sie braucht halt auf jeden Fall auch das passende Deck. Aber in der Farbkombination Gruhlen-Deck. Was nicht viele Nicht-Kreaturen-Zauber-Sprüche spielt. Ist in der Regel ganz gut machbar. Und im Commander-Format sind eben diese Effekte. Wie bei Nikia, wenn man ein Land hat, dass das doppelt so viel Mana macht. Schon ziemlich gut. Man kann sich ordentlich hoch rampen, wenn man sie mal spielt. Einfach eine große Kreatur. A la Crater Hoof Behemoths oder große Eldrasis zum Beispiel. Da lässt sich auf jeden Fall einiges machen. Und im Commander-Format waren halt diese Land-Effekte immer ganz gut. A la Miraris Wake oder Zendikas Resurgent. Das sind gute Karten in langsamen Formaten. Wie im Commander-Format. Wenn es halt mal ein bisschen länger dauert. Multiplayer-Runden dauern sowieso noch ein bisschen länger. Wenn man mit 3, 4, 5 Leuten spielt. Und wenn eure Länder dann halt sehr, sehr, sehr viel Mana generieren. Kann man halt wirklich sehr starke Spielzüge machen. Also Nikia vielleicht nicht die stärkste Commander-Karte für das Set. Aber definitiv noch eine der besseren Karten auf jeden Fall für das Format. Und ja, das war meine Liste zum Commander-Format. Meine Lieblingskarten und vielleicht auch die besten Karten der neuen Edition für das Commander-Format. Bin super gespannt, was ihr sagt. Wir sind ja auch super viele neue Leute hier auf dem Kanal. Also der Aufruf an alle Commander-Spieler. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr ein paar Tipps mitnehmen konntet, unterstützt die Commander-Reihe mit einem Daumen hoch. Würde ich mich mega freuen. Wer noch kein Abo da gelassen hat, würde ich mich auch freuen. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.